Schön, dass ihr heute dabei seid. Heute wird der zweite Krieger geübt, wir Padrasener II. An Hilfsmitteln brauchst du heute nur eine Yogamatte. Geübt wird auf absolutem Anfängerniveau, aber auch wenn du schon Yoga-Erfahrung hast, ist es nicht verkehrt, ruhig nochmal zu der Basic zurückzukommen. Es werden nur fünf Ansagen gemacht heute und auf die Ausrichtung geachtet. Die Ansagen sind Fersen abwärts, Schienbeine rückwärts, streck die Arme, spreiz die Finger, hebe Brustkorb, hebe Hinterkopf, schau gerade aus, atme ganz normal ein und aus. Das sind die Ansagen und zusätzlich werden wir noch darauf achten, dass der Abstand zwischen den Füßen richtig ist, also die Ausrichtung. Wir wünschen viel Freude bei diesem Video. Deh mittig auf deiner Matte mit geschlossenen Füßen. Es sei denn, du hast Rückenprobleme, dann öffne deine Füße ruhig knapp höfbreit. Tadasana, die Bergstellung, schau gerade aus, Augen auf Augenhöhe. Die Füße geschlossen, sodass die Innenfüße sich berühren. Großsehen, Großsehen, Großsehenballen, Innenfersen, leicht die Ingennöchel. Achte darauf, dass du nicht unbewusst die Innenfüße zusammendrückst. Press die Fersen abwärts, bring die Schienbeine rückwärts, die Arme bestreckt, die Finger gespreizt. Atme ein, Halt Finger gespreizt, hebe Brustkorb, hebe Hinterkopf. Lass die Hände nicht nach vorne fallen. Die Hände 10 cm neben deiner Hüfte und etwas nach hinten. Normale Ein- und Normale Ausatmung. Weiche Gesichtszüge. Bring die Hände vor die Brust, atme aus, geh oder spring eine große Grätsche auseinander. Die Arme exakt auf Schulterhöhe. Schau zu deinen Füßen und überprüf, ob die Außenseiten der Füße parallel zum kurzen Mattenrand stehen. Augen auf Augenhöhe. Press die Fersen abwärts, bring die Schienbeine rückwärts, streck die Arme, spreiz die Finger, Einatmung, hebe Hinterkopf, Augen auf Augenhöhe, Normale Ein- und Normale Ausatmung. Utita Hastapadasana. Dreh den linken Fuß etwas ein, rechten Fuß, rechtes Bein, drehe 90 Grad auswärts. Der linke Fuß etwas eingedreht, vom linken Fußgewölbe zur rechten Ferse, exakt eine gerade Linie. Achte auch darauf, dass der rechte Innenfuß gerade steht, parallel zum vorderen langen Mattenrand. Fersen abwärts, Schienbeine rückwärts, streck die Arme, spreiz die Finger, hebe Brustkorb, Augen auf Augenhöhe, hebe Hinterkopf, Normale Ein- und Ausatmung. Beug das rechte Knie, schau nach vorne, presst den linken Außenfuß fest in den Boden. Linke Ferse abwärts, rechte Ferse abwärts, Arme exakt auf Schulterhöhe, hebe Hinterkopf, Augen auf Augenhöhe, Normale Ein- und Ausatmung. Und dann schau über die rechte Hand hinweg und verliere die linke Seite nicht. Das heißt, streck den linken Mittelfinger, presst den linken Außenfuß runter, bring das linke Schienbein abwärts, rechte Ferse abwärts, streck die Arme, spreiz die Finger, halte Hinterkopf leicht, Augen auf Augenhöhe, presst die linke Ferse abwärts, linke Schienbein rückwärts, rechte Ferse abwärts, streck die Arme, spreiz die Finger, halte Hinterkopf lang und leicht, und dann heb den rechten Oberschenkel ein, dreh den rechten Fuß nach vorne, geh oder spring zusammen, komm zurück in die Bergstellung. Und dann sammel dich, stehe gerade, die Innenfüße berühren sich, bring die Fersen fest in den Boden, ein gutes Hilfsmittel ist hier dabei, mal die Zehen zu heben, um mehr auf die Fersen zu kommen. Fersen abwärts, Schienbeine rückwärts, die Arme gestreckt, die Finger gespreizt, halt die Finger gespreizt, atme ein, hebe Brustkorb, Hinterkopf, Kinn waagerecht, Ohren senkrecht, Augen auf Augenhöhe, normale Ein- und normale Ausatmung. Tadasana, spür dich von den Fersen bis zur Krone des Kopfes, betrachte deinen Körper als Einheit. Tadasana, die Bergstellung. Einatmen, ausatmen, Lippen weich, weich aufeinander, atme durch die Nase. Fersen abwärts, und dann bringt die Hände vor die Brust, geh oder spring, Ausatmung auseinander. Grätsche, eine große Grätsche, achte darauf, dass die Außenfüße parallel zum kurzen Mattenrand stehen. Die Arme exakt auf Schulterhöhe, Fersen abwärts, Schienbein rückwärts, Arme gestreckt, Finger gespreizt, Hebel Hinterkopf, schau gerade aus, Augen auf Augenhöhe, einatmen, ausatmen. Utita, Hastapadasana. Einatmen, ausatmen, dann dreht den rechten Fuß etwas ein, linkes Bein dreht 90 Grad auswärts. Der rechte Fuß etwas eingedreht, der linke Fuß, das linke Bein 90 Grad ausgedreht. Vom rechten Fußbogen zur linken Ferse exakt eine Linie. Achte darauf, dass der linke Innenfuß gerade steht, parallel zum vorderen langen Mattenrand. Fersen abwärts, Schienbein rückwärts, streckt die Arme, spreizt die Finger, hebe Brustkorb, hebe Hinterkopf, Augen auf Augenhöhe, presst den rechten Außenfuß in den Boden, beugt das linke Knie, bringst einen rechten Winkel, Arm exakt auf Schulterhöhe, presst die rechte Ferse abwärts, linke Ferse abwärts, bring die Schienbeine rückwärts, streckt die Arme, spreizt die Finger, hebe Brustkorb, hebe Hinterkopf, schau zunächst gerade aus. Einatmen, dann schau ausatmen, über die linke Hand hinweg, ohne die rechte Seite zu verlieren. Das heißt, presst die rechte Ferse abwärts, streckt den rechten Mittelfinger, halte Brustkorb leicht, Hinterkopf leicht, Augen auf Augenhöhe, beide Fersen, presst fest in den Boden, Schienbein rückwärts, streckt die Arme, spreizt die Finger, hebe Brustkorb, Hinterkopf leicht, Augen auf Augenhöhe, Einatmung, Ausatmung, Einatmung, hebt den linken Oberschenkel und dann atme aus, dreht den linken Fuß nach vorne, dring die Hände vor die Brust, geh oder spring zurück in die Bergstellung. Tadasen Presst die Fersen abwärts, in die Schienbeine rückwärts, streckt Arme, spreiz Finger, hebe Brustkorb, Hinterkopf leicht, Augen auf Augenhöhe, spüre nach, Füße fest am Boden, Schienbeine rück, Arme gestreckt, die Finger gespreizt, halte die Finger gespreizt, Einatmung, Brustkorb leicht, Hinterkopf leicht, Augen auf Augenhöhe, Lippen weich aufeinander, normale Ein- und normale Ausatmung. Wenn du magst, übe nun weiter und dieses Prinzip der 5 Ansagen kannst du in den anderen Stehhaltungen fortsetzen. und dieses Prinzip dass du in den anderen Stehhaltungen gespreizt hast du in den anderen Stehhaltungen auf deinen Schuhen öffnen. Es wird auf der necesaren Stehhaltungen vom Schuhkopf leicht, wie viel im Technischen kommen die Finger gespreizt, die Finger gespreiztzeit. Vielen Dank.